Gesundheitsschutz Ubisoft NVIDIA Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren Ja, gut Hallo Mach mal Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Auf dem Dosen-Kanal Und dieses Mal ist es Assassin's Creed Syndicate Nach Unity war ich ja so ziemlich enttäuscht, sagen wir mal enttäuscht und ich habe das letzte Mal jetzt Rogue gespielt und Rogue fand ich wieder ziemlich cool und da hat mich das wieder schon gebracht, mir das nächste zu kaufen und das ist halt Syndicate Ubisoft und da hat Option alles anzeigen Anzeige Oh Wieso steht das Wieso Wieso steht das auf 4K Das ist schon besser Eindeutig Ich darf nicht über 3,5 kommen So, V-Sync Ähm Müsste ich glaube ich Anmachen Aktiver Mode Was Der erkennt Ah ja, ich habe das ja durchschleifen lassen Okay Der erkennt meine Aufnahme Ähm Hallo Wieso Wieso kann ich die Auflösung nicht ändern Hm Jetzt kann ich das ändern Wie schön 60 F-Sync F-Sync An Gut X Zack Verhalten Wuhu Jetzt sieht wieder alles wunderschön aus Colbert Ja Zurück So Grafik Oh Ja Da mache ich aber das hier Unter Unter Und Ah Qualität der Umgebung Also Das passt schon Würde ich sagen Macht nichts CSS CSS-Ultra Ähm Ja Gut Dann versuchen wir es mal so Es müsste alles passen Gut 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 Dann Anwenden Was Jetzt neu starten Jetzt neu starten Wunderschön Muss ich alles nochmal neu machen Naja 80 Ähm Ähm Nichts zieht So Sound Musik Untertitel sind an Musik Und Effekt Wern mal etwas runtergesetzt Gamepad Option Ja Ist Richtig Tobi Eitoy Option Okay Geil So Alles Richtig Weiter Wunderschön Aber dass er jetzt meine AV Media als Meine AV Media als Monitor erkannt hat Das ist irgendwie komisch Denn Normalerweise wird immer mein normaler Monitor erkannt Hier wird das Eisen verladen Der Templer der hier das Sagen hat ist Rupert Ferris unser erstes Ziel Nummer zwei ist Sir David Brewster Der in den Besitz seiner Sache kam die uns in diesem Krieg ruinieren könnte Denkt ihr beide ihr schafft das? Was für eine Frage Oh richtig Mein Fehler Meine Damen und Herren Die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge Erleben sie sie allabendlich im Covent Garden George ernsthaft Ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg Und ich habe alles was ich brauche Hier bei mir Ich richte Ferris deine Grüße aus Später George Wir müssen den Zug erwischen Jacob Evie Möge das Credo euch leiten Ihr Galgenstrecke Starbrick und Co Dauert das doch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab Stopft ihm das Maul Und repariert die Maschine Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf Nur ein wenig Geduld Laudanum ist das sowas wie Valrian oder so Uhu Und damit sind wir In Assassin's Creed So Ähm Nein da wollte ich nicht rein Ich wollte jetzt Äh Ja So Wie Kann ich jetzt was machen? Parcours nach oben Werfen Schleichten So Gibt es hier irgendwie die Adlersicht oder so? Also ich Stehe noch nicht Hm Naja Ähm Gut Gut dann gucken wir mal so Mit uns ein bisschen um Und gucken mal was es hier so gibt Wir müssen auf jeden Fall Nach da unten Würde sagen Hier oben können wir auch entlang Die reinigen Schrauben oder was Den dürfen wir nicht umbringen Und erreicht Was glaubst du was du da machst Aufhören Bevor wir Ärger kriegen Niemand kommt rein oder raus Außer es gibt ein Problem Ja Halt die Maschinen an Die Tür öffnet sich Und ich hab einen Weg zu Ferris Oh Oh Da fliegt mir eine Idee zu So Ah Boah ich hab wieder mal Probleme mit dem rechts links umsehen Ich hab gerade noch Kingdom Hearts gespielt Und Kingdom Hearts hat es genau Andersrum Ne Boah Warte mal das ist Ja es ist genau richtig Gut 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 das ist nicht invertiert Wir sind erledigt Trägt das in Ordnung Was soll denn das Wer ist dafür verantwortlich Wer bist du Der Hygienebeauftragte Dieser Mann ist tot Du bist der tote Mann Junge Du bist so gut wie tot Das ist Hey. Oh, ich muss sagen, also auf Anhieb Gefällt mir das neue Kampfsystem sehr, sehr gut. Öffnen. Ich würde sagen, ich gehe hier rum. Ich muss noch etwas weiter nach oben. L.T. Oh, das wird dir noch leid tun. Oh, äh. Oh. Du frecher Hund, warte nur, bis ich da bin. Warte nur, ich hack dich in Stücke. Wenn du weitermachst, kriegst du meine Faust zu spüren. Oh, shit. Shit, 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 shit. Alles gut. Wir müssen nur ganz ruhig bleiben hier. Und? Wir können hier hoch. Ah, guck mal. L-Drucken für das Adlerauge. Hier bringe ich noch Respekt bei. Na, die wollen wir uns doch noch aus. Cool. Da müssen wir hoch. Das können wir auch. Wenn es hier mal richtig heiß hergeht. Und wir richten. So. Da müssten wir hoch. Ich bin so kurz davor rüber zu kommen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich müsste doch eigentlich nur... Genau. Hier weiter laufen. So, da hinten muss ich entlang. Gut, gut. Machen wir doch mal eben. Uhu. Gut. Schleichen. Mit A schleichen, um schwer entdeckt zu werden. Sie können sich schneller bewegen. Schleichen zeigt Jäger über oder unter ihnen. Alten sind und LT sind dann lässert zuwerfen. Okay. Hallo. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nee. Ich möchte eigentlich... Kann ich nicht über die... Schön. Also, die... Wie das hier aussieht, ist ja schon genial. Ne? Muss man mal sagen. Da ist einer. Da ist einer. Gut. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Alles ist in Ordnung. Niemand hat es gesehen. Ich muss jetzt nur hier wieder hoch. Da. Oh shit. hört auf zu schreien alles alles in ordnung so dahin wie kommen wir jetzt okay hier ist aber keiner ha so macht man das ganze ja aber jetzt haben wir schon 20 minuten durch und ich würde sagen bis zum nächsten mal und macht genau hier weiter haut rein